Jetzt können wir also, ja okay, jetzt ist es doch schon eher wieder wie Portals. Jetzt haben wir eben so eine Kanone, um kleine Blöcke hier irgendwo hinzuschieben. Können wir den wieder wegnehmen? Können wir den jetzt direkt hier entsetzen? Nee. Der bleibt da dann einfach nicht. Hm, 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 hm. Zurück. Können wir den da hinten auch nehmen vielleicht? Äh, nein, das war's wohl nicht. Dann machen wir den mal hier hin. Können wir dich vielleicht durch die Tür auch nehmen? Nee, schade. Können wir ihn auch nicht irgendwie gleich hier dran setzen? Zurück kommen wir auch nicht mehr. Hm, 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 hm. Hier können wir ihn an keiner Stelle durchschießen, so wie es euch sieht. Okay, ich glaube, ja, ja, jeder der das Spiel gekannt hat, wird sagen, können wir das einfach so machen. Ah, sehr schön. Ja, ja, ja. Einige Türen werden sich schließen, außer wir halten sie offen. Gut. Gut. Dann geben wir mal das Ding. Dann geben wir mal das Ding. Und machen das dann daheim. Ah, ist ja ziemlich straight forward gerade. Okay, dann machen wir jetzt hier eine Treppe. Und nehmen den mit, weil so ein Block haben oder nicht haben ist ja wahrscheinlich wichtig. Ja, okay, jetzt hat er uns gesagt, wir sollen das mitnehmen, weil da steht, es ist schwieriger vorzuschreiten, wenn du Dinge hinter dir lässt. Ja, und, dass dann einfach da rein ist. Äh. Äh, okay. Ah, wir brauchen also auf jeden Fall den da nochmal. Glaube ich. Ne, das geht zu schnell. Können wir einen anderen mitnehmen? Können wir vielleicht ganz schnell den mitnehmen und dann doch noch durch die Tür? Ne. Das scheint mir doch zu schwer zu sein. Okay, also wahrscheinlich müssen wir nur den einen mitnehmen, so wie ich mir das jetzt in meinem kleinen Köpflein denke. Na, komm schon. Ah, Mist, und jetzt können wir hier nicht, weil wir müssen den also hier hinsetzen. Ach Gott. Wir nehmen noch weiter runter. So. Mitnehmen und reinstecken. Und hier sind wir aber doch auch zu los, oder? Und dann kriegen wir die andere Tür auch nicht auf. Okay, nochmal. Und ganz schnell. Ach, schade. Ne, von hinten kriegen wir den auch nicht raus. Hm, 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 hm. Also ich stelle mir das so vor, wir müssen den nehmen, ganz schnell reingehen und dann hier die Tür blockieren. Aber dann kommen wir doch nicht mehr raus. Na, vielleicht halten wir ja bis zum nächsten Escape-Druck, also. Ach, Mist. Ach, ja. Ich bin immer zu Lamsack. Oder wir müssen hier ganz schnell... Hm. Ne, wir brauchen auf jeden Fall zwei. Aber... Wie können wir den denn überhaupt durchschießen? Uiuiui, das sind ja echte Deck-Sport-Aufgaben hier. Nehmen wir den wieder mit? Ah, warte. Vielleicht können wir ja... mit einem zweiten... Gib mir den mal. Irgendwas hier jetzt machen. Wir machen beide Türen auf. Ne, wir nehmen jetzt den mit. Genau. Ah, wir haben es. Ich glaube, wir haben es. Wir stecken den jetzt hier hin. Nehmen den. Und gehen weiter. Der kommt hier hin. Den nehmen wir mit. Und jetzt haben wir doch unsere zwei, die wir brauchen. Na, kommt schon. Oder kennt ihr zufällig Perspective? Das erinnert mich jetzt auch so ein bisschen daran. Okay, und wo haben wir unseren zweiten? Bin ich jetzt dämlich? Ich habe den doch drin gelassen. Also den können wir schon mal hier losstellen. Und den da? Brauchen wir. Und der dort hinten? Äh... Ich drück mal auf Reset. Gut, wo waren wir gerade? Das war es glaube ich nicht. Oder? Doch. Muss ja sein. Gut, dann nochmal von vorne. Wir nehmen den mit. Wir stecken den hier rein. Äh... Hm. Okay. Ich glaube, wir müssen nochmal von weit hinten anfangen. Ich glaube, wir müssen nochmal von weit hinten anfangen. Dann fangen wir mal von hier an. Dann fangen wir mal von hier an. Wir nehmen das Teil. Und das hier hin. Und den nehmen wir mit. Das kommt hier hin. So. Äh... Äh... Den... Können wir nicht mitnehmen. Noch nicht. Wir brauchen zuerst diesen hier. Ich glaube, wir kriegen keinen dadurch extra. Ähm... Ja, und ohne kommen wir auch nicht weiter. Gut. Ah... Ja, doch. Ganz schön. Was für die grauen Zellen. Nicht nur verschickt. Auch denken. Das finde ich gerade meine Stärke. So, probieren wir es nochmal. Und ich denke, wir können auch nicht einfach... Selbst wenn wir da drin wären, die Tür bliebe ja zu. Also... Komm, gib mir den. Ich versuch's doch schon so hart wie möglich. Hm... Irgendwas... An irgendwas denke ich gerade nicht. Denken wir mal nicht mitnehmen. So... Jetzt, äh... Ach, versuchen wir einfach einen anderen Raum. Okay. Versuchen wir's doch einfach hier mal. Haben wir jetzt die Waffe noch? Ja, okay. Also kommen wir jetzt auch ein bisschen weiter. Wahrscheinlich. Okay. Was ist das? Die Lösung zu einem Problem... braucht vielleicht mehr... Nee. Braucht vielleicht noch einen mehr durchzuverliegen. Also das ist das Auge wieder. Und das geht dann weg. Okay. Und wenn wir jetzt einfach zu kurz durch... Nein. Aber das Auge hat sich irgendwie geschlossen. Einfach durch ein Problem zu rushen, also es schnell sich hindurch zu bewegen, gibt vielleicht nicht das richtige Resultat auf. Okay. Okay. Shift-S-D. W. Also Lambs im Laufen. Äh... Oder auch nicht. Das ist nochmal das gleiche. Kann halt vielleicht hier drüber springen. Hopp. Ja. Gut. Hopp. Was uns jetzt nicht besonders weitergebracht hat. Wir bräuchten vier davon. Dann... Ah, okay. Na komm schon. Nein. Immerhin kriege ich hier genug. Ah. Also wir haben unendlich Munition gerade. Das ist ja schon mal... ganz interessant. Aber ich kriege... Ah. Muss ich vielleicht hier so durchschieben. Nein. Hm. Das scheint nicht zu funktionieren. Wir haben unendlich von diesen Bausteinen. Lass uns doch mal eine kurze Treppe hier bauen. So, ist das der richtige Abstand? Ach komm schon. So. Okay. Und hopp. Und hopp. Und hopp. Und hopp. Und hopp. Und hopp. Oder können wir einfach Minecraft-mäßig... Ah, okay. Oh, hoffentlich haben wir jetzt genug Steine. Und hopp. Und hopp. Und hopp. Aua. Ach holen wir uns. Wieder ein paar. Und hopp. Und hopp. Gib mir mehr. Gib mir mehr. Ich brauch mehr. Mehr. So ein Ding dürfte es, müsste es auch in einem anderen Raum geben. Und falls nicht, haben wir jetzt auch die anderen hier. Dann machen wir jetzt mal ganz langsam. Äh. Und hopp. Und hopp. Und Schuss. 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 Nein. Schon wieder nicht. Ach je. Aber ich möchte es jetzt doch gerne versuchen. Jetzt weiß ich natürlich nur nicht auf welcher Seite ich da hingehen müsste. Na ja. Das werden wir ja hoffentlich rausfinden, wenn wir da oben sind. Okay. Jetzt wollen wir jetzt wieder mal weiter nachkommen. So. Mal schauen, ob das reicht. Und hopp. 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 Jetzt sind wir zumindest mal oben und hier müssen wir langen, gut. Ich will nicht das Risiko eingehen, dass das jetzt hier verschwindet. Das wollen wir mal einfach. Lamps haben uns das hier. Lamps haben uns das hier. Und her. Okay, holen wir uns noch ein paar davon. Mal schauen, was jetzt kommt. Hoch. Okay. Kommen wir nicht durch. Ah, okay. Dann müssten wir jetzt vielleicht schnell genug etwas halten. Nee, das geht um respawn zu schnell. Wenn man es dann respawn nennen kann. Aber wir haben ja... Ah, ich kann hier schon wieder fahren. Habe ich irgendeine Möglichkeit von diesem Tool noch nicht raus? Ah, komm schon. Ne, hier kann ich nicht reinschießen. Aber hier kann ich wieder raus. Ach, komm schon. Ah, was soll ich denn machen? Ich ziehe da schon so richtig rein. Nehmen wir mal die raus. Was? Wir müssen sie alle irgendwie erreichen können. Ich denke nicht, dass es einfach nur darum geht, wir scheiße ziehen. Was ist denn, wenn wir jetzt hier einen schießen und dann nochmal einen? So. Okay. Das ist interessant. Das bringt uns jetzt nur nicht weiter. Und hier können wir gar nicht reinschießen. Warum kann ich denn hier rein schießen und bei dem anderen nicht? Oh je, das kann was werden. Das merke ich schon. Nö, da passiert auch nichts. Das werden wir beide weg machen. Passiert auch nichts. Gut dann. Wir haben uns vorhin hier angezeigt, wir sollen das mal so machen. Vielleicht müssen sie beide rausschießen, aber dürfen ihr Ziel nicht erreichen. So, okay. Also einfach nur das gleiche nachbauen. Und was sagst du uns? Die richtige Antwort ist vielleicht auch die am offensichtlichsten. Welche Antwort ist hier denn offensichtlich? Einfach hochgehen. Gut. Hier kriegen wir wieder welche. Und die werden alle blau. Okay. Okay. Oh. Wieder mal ne Treppe durch. Aber warte mal. Ah schade, wir haben keine mehr. Sonst würde ich mir da ne Treppe aus kleinen blauen Blöckchen basteln. Aber immerhin ein neues. Das ist so ein kleines Erfolgserlebnis. Ähm. Manchmal. Manchmal. Müssen wir. We only have just enough. Also ich brauche genug. Um vorbei zu kommen. Und hier habe ich keine. Kann ich hier was aufnehmen? Nein. Ah. Sehr schön. Das fühlt sich wirklich so ein bisschen arg in meinen Kopf an. Also von dem Blöcke bauen. Immerhin hat das hier auch ein Spiel dabei. Und das ist nicht einfach nur ein Baukopf. So. Ich habe jetzt also genug dafür. Und genug dafür. Schauen wir jetzt mal was hier. Schießen auf den Türknopf. Similar province can have entirely. Gleiche Situationen können unterschiedliche Lösungswege haben. Okay. Gut. Bauen wir hier eine kleine Treppe. Wir haben zwar so viele. Aber ich nehme mal die nicht. So. Jetzt ist das Ding ja voll bis zum rein. Bauen wir hier eine Leiter. Habe ich gerade getan. Einen bestimmten Weg zu gehen. Braucht vielleicht ein Selbst. Also braucht. Ähm. Dazu musst du deinen eigenen Pfad bauen. Okay. Immerhin mal. drüber. Gut. Und da kann ich einfach drüber mit dem wahrscheinlich. Oh. Ah okay. Verstehe ich jetzt nicht ganz was das soll. Muss ich hier also eigenen Pfad bauen. Ich denke das könnte heißen. Aber ich bin doch jetzt drüben. Das bringt mir doch jetzt gar nichts. Hier runterfallen kann ich auch wenn die einfach mal springen. Okay. Mal schauen wir weiter. Okay. Hier muss ich von so hoch wie möglich wohl drauf sprengen. Na komm schon. Na komm schon. Oder ich mach einfach das da. Und hoch. Und hoch. Na dann kann ich dich auch irgendwie stoppen einfach. Okay. Da ist doch grad wieder sowas verschwunden. Okay. Ähm. Schauen wir uns das kurz an. Okay. Alte Tricks sind nützlich auch wenn wir neue gelernt haben. Gut. Dann nehmen wir die wieder weg. Geht zwar nicht mehr und vielleicht weit werden. Das sieht nicht so aus. Okay. Nach unten. Zwei Pfeile nochmal. Echt wieder genau das gleiche. Guck. Guck. Kann ich mir ja kaum glauben, dass wirklich das nochmal zum Ziel führen sollte. Aber ich sehe auch schon da unten gehts wieder weiter. Also. Schauen wir mal rein. Spring runter. Warum nicht? Okay. Hm. Ziemlich leer der Raum. Außer dieses komische Würfelchen was hier weiter läuft. Gut. Gehen wir nochmal nach oben. Ach komm schon. Und hopp. Und hopp. Und hopp. Und hopp. Okay. Da gehen wir ja weiter. Hier waren wir ja noch nicht. Oh. Aber es gibt jetzt schon mittlerweile ganz schön viele Wege. Also. Da bin ich echt gespannt wie das noch ausatmen wird. Wenn du nicht genug Aufmerksamkeit aufbringst wirst du etwas um dich herum nicht. nicht bemerken. Hm. Spring. Oh. Ah. Okay. Okay. Diese Felder die löschen unsere Blöcke die wir haben. Okay. Okay. Ich kann das aber noch schieben. Okay. Ich würde ja ganz. Okay. Was passiert da wenn ich das ganze nach hinten schiebe. Ich kriege einen Aufzug. Okay. Da wird es mir erst den Aufzug über. Nee. Was ist da oben? Nee. Dann nehmen wir doch zuerst. Schauen was da drauf steht zuerst. So wie wir da hinkommen natürlich. Das kann ich jetzt nicht mit Sicherheit sagen. Okay. Jetzt müssen wir ganz schnell vielleicht sein. Okay. Noch einen Sprung. Okay. Was sagst du uns? Einige Aufgaben sind härter als sie zuerst scheinen mögen. Okay. Äh. Okay. Nein. Ich habe nur einen. Damit schaffe ich das nicht. Und ich weiß ja immer noch nicht wie ich da diese mittleren aufziehen kann. Also hier reinschießen. Da muss ich erst noch den Trick finden. Und jetzt habe ich mir auch den Weg verbaut. Gut. Also nochmal zurück. Wie lange habe ich? Einiges passiert wann immer wir es glauben oder wann nicht. Hm. Oh. Nur noch 47 Minuten. Und ich muss hier auch ganz kurz einen Cut machen damit die Folge nicht zu lang wird. Also ganz kurzer Cut aber wir sind gleich wieder da. Ja. Ja.